Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Icarus und ich begrüße euch heute erstens mal mit der letzten Icarus Folge in diesem Jahr und zweitens mal bei diesem wunderschönen Sonnenaufgang um 6.28 Uhr. Naja gut, die Sonne ist schon ein bisschen früh aufgegangen. Sieht ja herrlich aus, oder? Es ist doch immer schön, wenn die Sonne hier aufgeht. Naja, demnächst, oder ich hoffe am Ende des Tages haben wir vielleicht dann auch einen Schlafsack, dass wir überschlafen können. Ja, wir brauchen ein bisschen Wasser, wir brauchen was zu essen. Und ich wollte mal ganz kurz gucken, ich hatte ja, wir haben wieder irgendwelche Bakterien gekriegt. Oh nö. Wir haben wieder irgendwelche Bakterien gekriegt, super toll. Was ich gucken wollte, ja wir haben hier vorne bei der Plattform entstehende 1 drauf, stand nicht immer eine 2, also da ist 4 Cargo, 1 Cargo. Äh, drücken, interagieren. So, jetzt schauen wir mal. Verdirbt tatsächlich in 235, ihr habt recht. Okay. Wundert mich so ein bisschen, ähm, wenn wir uns mal an das letzte Mal erinnern. Und zwar, wo wir das letzte Mal, äh, hierbei waren, beziehungsweise das letzte Mal hier Zeug reingeschmissen haben. Da war das so, da stand eigentlich so, hier ist es geschützt vor, ähm, ist geschützt vor, ähm, Verderben. Und jetzt, ähm, ist es doch am Verderben. Das ist ja mega scheiße. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Gas geben. Bei Kühlschränke, ja gut, wie Kühlschränke, ja, wie sollen wir Kühlschränke bauen? Ich hab ja gar keinen... Gibt es denn die Möglichkeit, das zu kühlen? Weil ich hatte das nämlich in den Kommentaren gelesen, dass ihr da Probleme hattet. Und deswegen dachte ich mir, hä, wieso bei mir stand, dass es nicht spoilt. Aber anscheinend spoilt das doch. Oder vielleicht war das auch ein Bug, oder... Entschuldigung. Ähm, oder es war vielleicht irgendwie... Weiß auch nicht. Aber Kühlschränke haben wir ja nicht. Also das können wir sowieso knicken. Wie sollen wir das denn gebacken kriegen? Na gut, okay. Lass uns mal los. Dann müssen wir ein bisschen Gas geben. Damit wir hier ans Zeug kommen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall von allem ein bisschen was. Melonen, wir brauchen Bären. Bohnen, Bohnen brauchen wir nicht. Bären bestimmt brauchen wir. Bohnen, Bohnen, Bohnen. Bohnen, noch mehr Bohnen, noch mehr Bohnen. Die Bohnen brauchen wir alles nicht. Bohnen, das ist schon mal gut. Wir sacken erst mal alles ein, was wir kriegen können. Aber ich kenne ja schon mein Glück. Ich weiß garantiert, dass ich sowieso nicht alles dann finde, wenn ich es dann brauche. Das ist nämlich immer das Dilemma bei der ganzen Sache. Fahren. So, fahren. Hier haben wir noch ein paar Melonen. Äh, Melonen, sag ich schon. Hier ein paar Kürbisse. Habe ich gerade Melonen gesagt bei dem anderen? Glaube ja, ne? Also ich meine Kürbisse natürlich. So, Bären. Mal schnell, ratzefatz. Was haben wir hier? Ist das Schwefeln? Ich wollte nämlich auch noch einen Schwefel abbauen. Schwefel, tatsächlich. Wollte noch ein bisschen Schwefel abbauen, weil ich mir nämlich nochmal so eine Fackel machen wollte. So eine Standfackel. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Schwefel. So, nehmen wir erst mal mit. Und was ich auch noch machen wollte, habe ich natürlich gerade vergessen. Ich wollte mir eigentlich das Holz nämlich rauspacken. Mein Gott, was ist denn noch los? Ähm, weil ich eigentlich ein bisschen zu schwer hier durch die Kippen laufe. Das ist nicht ganz so geil. So, weiter. Nicht lange gucken, weil wir müssen echt sehen, dass wir den Kram mal eben blutet kriegen. Mal eben ist gut. Was haben wir hier noch? Bohnen. Alles voller Bohnen. Bohnen ist nett, aber Bohnen brauchen wir gerade nicht. Das würde nämlich das Problem sein. Sonst würde andere Kram wegschimmeln, bevor wir da irgendwie ansatzweise fertig werden. Das ist noch Reh. Was haben wir hier noch? Da haben wir Kakao. Ach, guck mal. Hier ist noch wieder eine Höhle. Und da würde doch garantiert gleich wieder so ein komisches Viech gucken. Ja. Ähm. So kann ich sagen, kommen wir nicht mehr raus. Ach. Der spuckt auch Kram. Oh, das ist doch super. Nur weil ich da drin festlege, weißt du? So. Hier haben wir nichts mehr. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie wir das gebacken kriegen wollen. Wir müssen wirklich ein bisschen Gas geben, wenn wir tatsächlich dann wenn wir tatsächlich dann das ganze Material einsammeln müssen, bevor das eben halt verdirbt. Dann müssen wir wirklich ein bisschen Gas geben. Ich meine, alle 300 Sekunden verdirbt da ja irgendwas, ne? Also das ist schon ein bisschen ein bisschen schwierig. Ach, Kornhäu. Also da müssen wir uns wirklich ranhalten. Aber ob wir es schaffen müssen, ist dann die andere Nummer. Upsa. So, da sind sie im Lohn. Aber wir müssen ja nun auch richtig Masse holen. Das ist ja nicht mal eben so gemacht. Äh. Bohnen, Bohnen. Bochbohnen. Also da kannst du ja nur versuchen, möglichst schnell zu sammeln, weil sonst wüsste ich jetzt nicht, wie wir das sonst bewerkstelligen sollten. Ich weiß ja nicht, ob es sonst noch irgendwo die Möglichkeit gibt, tatsächlich irgendwas aufzubewahren. Aber das wäre wahrscheinlich auch so ein zu einfach, sagt das Spiel. Bohnen, Bärenbusch. Und vor allem, wir müssen ja auch von allem so ein bisschen was haben. Also eigentlich müssten wir mehr sammeln, als wir eigentlich brauchen, damit wir überhaupt... 54. Wir haben gerade mal 54 Bären. Wie sollen wir da auf 300 kommen, ohne dass jetzt so wegschimmelt hier? Wie sollen wir das bewerkstelligen? Der Kühlschränk? Ihr hattet in den Kommentaren geschrieben, Kühlschränk, aber... Ich habe da jetzt keine Kühlschränke gesehen. Also, geschweige denn, dass ich welche craften kann. Vorne ist noch eine Höhle da. Aber ich glaube, das sieht auch nicht anders aus, als die anderen Höhlen auch mit irgendeinem kommischen Würmchen da dran. Aber bevor ich da nicht ein vernünftiges Licht habe, gehe ich da auch nicht rein. So. Bärenbusch. Ein schöner Bärenbusch wäre mal klasse. Mal so 3000 Bärenstreu hier auf dem Stück oder so. Das wäre mal super. Kriegen wir dann aber auch herzlich wenig, weil ich den anderen Stuff dann nicht da habe. Ich juck das da so ein bisschen, um reinzugehen, ne? Ich bin ja ganz ehrlich. Aber ich weiß auch, dass wir das eben nicht machen, sollten. Einmal, weil wir dann wahrscheinlich sowieso verrecken würden. Guck mal gerade, auf welcher Ecke das ist. Vielleicht gönnen wir uns das noch, wenn wir mit der Mission hier durch sind. Äh, K. Äh, K. Ja, klar. K ist natürlich komplett richtig. So, das ist hier hinten. Also hier am Fluss. Okay, alles klar. Da müssen wir uns mal merken. Ich hoffe, das vergesse ich nicht. Wir müssen auch noch Sauerstoff organisieren. Aber das ist kein Problem. Machen wir gleich direkt was da. Dann ist auch noch ein Bärenbusch. Hier geht es, glaube ich, 25 Kilometer zurück, ja. Kann ich mir schon vorstellen, dass wir schon so weit gelatscht sind. Also, nehmen wir erst mal ein bisschen was rein. Äh, nö, 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 nö. Zack, davon futtern wir mal das ganze Stack. Sauerstoff kriegen wir auch gerade ran. Na, guck mal, da siehst du mal, wie schnell das verschimmelt, ne? Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen. Ich schmeiß mal ein bisschen was weg, oder? Ich schmeiß mal ein bisschen was weg, das ist ja alles nix. Ich hab jetzt keine Lust, jetzt hier noch stundenlang umzuschleichen. Wir müssen auch unbedingt mal gleich nochmal nach Hause die Bären loswerden. Und dann packen wir das Holz auch nochmal raus. Das sind gerade. Äh, so, 13. Sind trotzdem noch überladen. Das ist etwas ungeil. Äh, Steine, 26. Ja, komm, Steine schmeiß mal weg. So, Herbert, markieren wir erstmal. Oh, hier sind auch Bären. Messer, den Wolf, mutmaßlich. Oh, du fährst dann vorbei. Ja, das ist so eine richtige Mission, so nach dem Motto, ja, geh mal los und erkunde mal die Gegend, weißt du? Das ist so eine richtige Lernen die Map kennen, Scheiße. Äh, schöne, äh, Mission. ist da auch eine Höhle? Sieht mir so, sieht mir so, sieht mir so ein bisschen höhlich aus hier. Oh ja, definitiv. Gucken wir mal, ob das tatsächlich eine Ressourcenhöhle, das scheint mir Gold zu sein. Oh, nee, doch nicht. Oh, okay. Also, Ressourcenhöhle, ja, Viecher auch, ja. Aber das könnt ihr mir mal, also ich muss tatsächlich mal in das letzte Let's Play, in die letzte Folge mal reingucken, weil ich meine, da stand unten so dieses, dieser kleine Passus von wegen, wobei es kann sein, ich überlege gerade, vielleicht gibt es so eine Art, ähm, ja, wie soll ich sagen, so eine Art, ähm, Cooldown-Phase, nee, wie soll ich das nennen? Vielleicht gibt es, ist es so, dass man innerhalb von einem Tag oder so, wenn man, wenn man frische Sachen reinschmeißt, dass man einen Tag Zeit hat, bevor es anfängt zu, zu spoilern, weißt du? Dass man also schon, nicht davon ausgehen kann, wenn du jetzt das Zeug reinschmeißt, dass du erstmal eine Woche wegbleiben kannst, weil wir haben ja eben 15 Tage Zeit. Was ist das denn für Kräuter? Das sind auch noch irgendwelche Wurzeln hier, Kräuter. Das wir dann, das müssen wir gleich mal gucken, weil ich meine, beim letzten Mal stand da definitiv, ja, spoilt nicht weg, also, foult nicht weg. Was natürlich dann bedeuten würde, dass wir ein bisschen Gas geben müssen, dass wir da durchkommen und ich denke mal, es wird bei den Tieren auch nicht anders sein, wenn wir da nachher irgendwas mit Tieren machen müssen. Ich denke mal, dass wir Fälle und Fleisch sammeln müssen. Fleisch macht eigentlich keinen Sinn, also, ich glaube, eher Fälle. Ich denke mal, wir werden da eher Fälle brauchen. So, probieren wir gleich mal aus. So, pass mal auf, wir gucken mal kurz rein. F. So, Bären. Guck mal, das sind wir schon am Foulen hier. So, einmal Bären, 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 Bären. So, das rein, Melon rein, na, das Foul ist sowieso weg, ne, das ist echt so elend. Zack, zack, so, Karotten, Karotten haben wir auch eine Hand voll. So, jetzt, gucken wir uns das nochmal an. Ne, trotzdem am Foulen. Äh, ist merkwürdig. Also, ich meine, beim letzten Mal stand da definitiv, so foult nicht weg oder so. Aber vielleicht war das auch nur, sagen wir mal so, beim ersten Starten oder so. Vielleicht für die, ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht. So, einmal Inventar, einmal Herstellung. Auf jeden Fall müssen wir Gas geben, das ist schon mal klar. So, herstellen. Einmal ganz kurz. Kram hier vorne mal hinparken. Das kann so holzlos werden. So, guck mal an. Sieht das ganze Welt schon ein bisschen freundlicher aus. So, äh, na, 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 na. Gut, wir brauchen mehr. Natürlich, logisch. Was brauchen wir denn überhaupt noch alles? Wir brauchen alles. Ähm, Karotten brauchen wir noch. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Allein die, die Berries haben wir jetzt gerade mal die Hälfte durch. Gerade mal die Hälfte. Wie sollen wir das, wie sollen wir das schaffen? Ich wusste nicht, wie wir das schaffen sollen, zeitmäßig. In der Zwischenzeit ist alles verfolgt in der Zeit, wo wir alles suchen. Und man findet jetzt hier auch nicht, äh, auch jetzt nicht so viel, meiner Meinung nach. Vielleicht, na gut, Karotten sind sowieso schon ein bisschen bescheiden zu erkennen, finde ich. Wie soll man das denn hinkriegen? Also, wenn das von der Zeit zu knapp wird, dann düse ich natürlich wieder los. Dann ist die Mission halt gescheitert. Und das ist halt Pech. Aber, das ist ja, da muss es ja richtig Gas geben, muss richtig schnick, schnack los. Fahren. Die Karotten, die erkennt man auch nicht so unbedingt gut. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass normalerweise die ganzen Sorten eigentlich eine direkte Umgebung sein müssen, weil sonst schaffst du es ja einfach gar nicht von der Zeit. Du schaffst es einfach nicht. Wüsste nicht, wie man das, wie man das backen sollte, das Thema. Hier muss einem ja eine Chance geben, wenn man irgendwie, keine Ahnung. Vor allem Karotten ist nicht ein Problem. Bären geht noch so. Auch Kürbisse gingen ganz gut, finde ich. aber Karotten siehst du echt kaum. Wenn ich das richtig gesehen habe, so alle 350 Sekunden wird auf jeden Fall eins der, eins der, der Bären, weiß der Geier was, wird dann, äh, erstmal verschimmeln, schön. Du musst, hast ein richtig, richtiges Zeitproblem nachher. Vor allem nachts. Dann musst du nachts ja auch los. Eigentlich brauche ich Wölfe. Das ist schon wieder eine Höhle hier. Würde ich gerne reingehen, aber wie gesagt, ohne sinnvolle Beleuchtung wird das hier nichts. Ja, Wölfis, ich muss euch eigentlich auch nochmal gleich mal ein bisschen rannehmen. Ich sehe das schon kommen, ne, dass wir, dass wir das, dass wir das alles alles wegschimmeln, bevor wir alles haben. Oh, da ist ein Wölfe-Line. Warte mal, komm mal ran, Wölfe-Line. Ich wäre ganz gerne so ein bisschen, oh, 49er-Läufe. Wir brauchen unbedingt die Fälle, damit wir uns dann einen Schlafsack craften können. Das nehmen. Mal verfallen, guck mal, die habe ich noch nicht mal auseinandergenommen, die habe ich noch nicht mal auseinandergenommen, das Viech, und schon auf 99% verfault. Also nicht 99% verfault, aber 99% überall. Wie soll das denn gehen? Also noch Beeren. Also könnt ihr mir ja sonst mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier gelöst habt. Mein Kühlschrank ist natürlich super, aber da ich keinen Kühlschrank habe, klingt das natürlich auch nichts. Letzter Wolfs oder Zweivölfe, ja? Oh, sofort, sofort am Spoilen. noch mehr Bären. Oder zumindest wenn das Spiel sagen würde, hey, pass auf, wenn du jetzt zum Beispiel alle Bären zusammen hast oder alle Melonen zusammen hast, dass sie dann nicht spoilern können, weil sie dann quasi gelockt werden oder eingefroren werden. Also sonst wüsste ich nicht, wie ich das gebacken kriegen soll. Beim Respawn, da wird ja auch nicht mal ebenso vonstatten gehen. Was ich dachte, das können eventuell. Dann kauerten sich mal ein großes Problem. So. 770 verdirbt in 770 Sekunden, 633 Sekunden, ja. Ja. 211. Also mit den Bären kommen wir schon ganz gut hin. Aber alles andere. Wir müssen auf jeden Fall nochmal in die Richtung. Ah, war da hinten ein Wolf gerade? Habe ich das gerade richtig gesehen? Aus der Distanz? Die Rehkirze, Entschuldigung. Ein Rehkirze. Ich hätte mir zumindest gedacht, so wie hier zum Beispiel, dass man gleich so ein paar Sträucher auf dem Haufen hat, weißt du? Dass du eben halt so ein bisschen Tempo machen kannst. Dass du zwar ein bisschen umherlaufen musst, aber dass du eben halt auch hier das eine oder andere Feld Möhren findest oder das eine oder andere Feld mit Melonen findest. Dass man so ein bisschen was machen kann. Aber das ist ja... Aber vielleicht gibt es tatsächlich hier so Areale, wo ein bisschen mehr zu finden ist. So wie hier zum Beispiel. Guck mal, hier sind Bären. Ordentlich Bären. Oder gibt das ja irgendwelche Hinweise auf der Karte? Karte. Nicht wirklich, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sogar mehr Bären hier oben sind, weil das alles grün ist. Boah, das macht ja nichts. Dann gehen wir da halt mal eben hin. Wie spät haben wir es? Zwölf Uhr. Vor allem finde ich das teilweise ein bisschen übertrieben, wie schnell das verschimmelt. Ich mein, so ein Kürbis, der verschimmelt ja nicht innerhalb von ein paar Sekunden. Oder ein paar Minuten besser gesagt. Sekunden ist es ja auch relativ, aber ich nehme mal so eine Bäre, die verschimmelt ja nicht innerhalb von 700 Sekunden. Der Kassel locker einen Tag von, also 24 Stunden. Also Realtime. Sag ich jetzt mal. Ein bisschen übertrieben, aber gut, andere Planeten, andere Sitten. Aber ich sehe die Karotten, das wird unser Problem werden, weil ich die kaum sehe. Beeren ist nicht so das Problem. Die sind relativ deutlich, aber Karotten. Ich werde auch gleich noch ein paar mehr Beeren ziehen, weil ich weiß nicht. Gut, es kann natürlich auch sein, da steht ja aufgelistete Ressourcen in Frachtkapsel ablegen. Wir müssen mal drauf achten. Da steht jetzt 211. Wir behalten uns das mal im Kopf. Wir behalten das mal im Kopf. 211 Bären, ob die tatsächlich runter counten. Ob da jetzt gleich 210 steht, 208, 209 und so weiter. Oder ob es dem Spiel egal ist, dass wir einfach nur den Kram sammeln. Und wenn wir es geschafft haben, haben wir es geschafft. Egal, ob die drei Viertel davon ein Tabir schläft, dann lassen wir mal in Ruhe. Wollen wir auch mal seine Pause gönnen. Man muss mal gucken, 211 haben wir. Aber kann auch sein, dass es erst abgleich, wenn wir wieder in der Kapsel waren. Das ist natürlich auch möglich. Ah, ich finde hier keine Karotten. Muss echt nochmal Richtung Landekapsel gehen. Finden wir da insgesamt ein bisschen mehr. Kleiner Baum, liefert Stöcke. Na, ist das Ding. Können wir nicht sowas sammeln? Hier Weizen. Da hätte ich tonnenweise mitschleppen können. Sowas erkennst du denn ja auch gleich wieder. Aber Karotten, Melonen, Kürbisse, siehst du alles. Und diese anderen, diese Hokkaido-Kürbisse oder wie die heißen, das sehe ich auch noch als Problem. Weil die habe ich nun gar nicht auf dem Schirm, Hefe. Geschweige, dann weiß ich, wie die Dinger aussehen. Die habe ich einfach per Zufall mit eingesammelt. Da läuft noch irgendwo ein Wölfelein rum. Achso. Gehen wir rechts rum, vielleicht finden wir da noch was. Da sind noch Bären. Ich bin gleich mal gespannt mit den Bären. Eigentlich müssen wir das mal ausrechnen. Schreibe mir gleich mal auf. Ich schreibe mir das gleich mal auf, wie viele Bären wir vorhatten, wie viele wir gesammelt haben und ob das tatsächlich dann diese 211 sind. Also 211 hatten wir jetzt im Inventar. Also nicht im Inventar, eben in der Kapsel. Dann gucken wir gleich mal, was wir jetzt noch im Inventar haben. Und dann gucken wir mal, ob er tatsächlich das komplett zusammenrechnet oder ob er tatsächlich auch die verschimmelten Sachen abzieht. Das gucken wir gleich mal. Das gucken wir uns gleich mal an. Das würde mich mal interessieren. Das haben wir momentan 158 Bären. Ich glaube, da müssten wir eigentlich schon die Bären soweit voll haben. Da waren wir schon etwas über die Hälfte. Also wollte das klar gehen. Oh, das ist ein Wolfilein. Ich habe keinen. Oha, das war knapp. Wacht. Sehr schön. Können wir sonst gleich mal gucken, ob wir da noch irgendwas in Kühlschränken oder sowas finden. Oder eine Kühle mögliche. Gegenstand ist kaputt. Nein! Wollen wir nicht noch irgendwo kein Messer, ne? Das ist auch so zum Mäuse melken. Okay, dann nicht. Oh, die nehmen wir mit. Also noch mal Bären nehmen wir mit. Bis jetzt sind es immer noch 211 Bären. Müssen gleich mal gucken. Noch ein paar Kürbisse. Ja, wir nehmen Vorsicht haben wir ein paar Mäbären mit. Mäerbären. Mäerbären. Also Mäermöhren. Oder Mäermelonen. Hier ist Mäermelonen. Aber ansonsten haben wir nichts, ne? Nein! Und da ist es der nächste Wolf. Nein! Ahhhh! Nein! Nein! Ach! Haben wir ja irgendwo. Der Bär kommt noch hinterher, die dumme Sau, ne? Und jetzt sind wir schön natürlich hier verreckt. Ah, ich könnte kotzen. Der Bär ist ja immer noch da. Und wir haben ja keine Waffe dabei gehabt. Ah, Mann. Scheiße. Hoffentlich kriegen wir unseren Stuff zurück. Ja, möchte ich. Ich möchte zumindest die Bären noch sammeln. Weil wenn wir das jetzt liegen lassen. Kein Bett gefunden, möchtest du uns... Ja, dann mach. Scheiße. Ah, es kommt natürlich davon. Guck mal, jetzt haben wir den ganzen Kram... Haben wir wieder nicht dabei. Es ist wieder so... Bäh. Mann. Häusle. So, man kann mal ganz kurz gucken, wo wir auf der Karte sind. Äh. Ach, da hinten. Da müssen wir hin. Scheiße. Hä? Äh. Äh. Wir kriegen zwar unseren Stuff gleich zurück, aber... Ach. Ach. Wahrscheinlich alles verfault. Alles verfault, was man verfoulen kann. Das muss doch ausgerechnet wieder der Bär sein. Weißt du, haben wir die ganze Zeit die Bären in Ruhe gelassen. Also die, die anderen Bären. Und kriegst du gleich, zum Dank, kriegst du gleich wieder den Arsch gebissen. Danke. Danke, Merkel. Danke, Merkel. Ach nee, ist doch vorbei. Danke, Scholz. So. Wo haben wir es? Da, Inventar. Da, 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 da. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Lassen wir hier. Nichts mitnehmen, was wir nicht brauchen können. Wo müssen wir hin, da hinten? So, wenigstens können wir noch ein paar Melonen auf dem Weg noch mitnehmen. Vielleicht sollten wir tatsächlich auch nochmal gucken. Äh, das wäre sowieso auf dem Weg zu dem Schiff nochmal wieder ein paar Sachen mitnehmen. Weiß eben nicht, ob der andere Krams noch da ist. Ich meine, muss er ja. Das ist eigentlich so ruhig hier. Ach so, vielleicht sollte ich mir auch mal was bauen. Macht vielleicht Sinn. Äh, aber das. Herstellung, dich brauche ich. Ich brauche ich. Ich brauche ich. Ich brauche ich. Das hatte ich schon, ne? Bogen brauche ich. Patagen brauche ich. Ein paar. Die hatte ich nämlich nicht gecraftet, ich Idiot. Äh. Sonst hätten wir uns vielleicht die Blutung noch, vielleicht noch, stillen können. Aber der Bär ist uns da sowieso hinterher geschwommen. Also von daher hatten wir eh keine Chance. Äh. Ja, es geht. Ich hoffe, dass der Bär sich da ein bisschen verpisst hat, an der Stelle. Wäre super. Karotten. Ich sag ja, Karotten wird das große Problem sein. Guck mal, 209. Jetzt steht 209. 209 Bären stehen da jetzt. 5-211. Also verrotten die tatsächlich. Also auch in der Kapsel. Aber da scheinen sie langsamer zu verrotten, als dass es angezeigt wird. Das ist eine sportliche Aufgabe, muss ich sagen. Das Problem ist jetzt nur, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich nehme jetzt nach dieser Aufnahme, mache ich den langen Schuh, speichere ab und dann zeichne ich mir beim nächsten Mal an, was weiß ich, dass meinetwegen dann wieder 3 Stunden später oder 2 Tage später, ob dann wieder alles leer ist in der Kapsel. Ne, kann ja eigentlich nicht. Ne, kann ja nicht. Ist ja Blödsinn, was ich gerade sage. Weil sonst wäre die Kapsel ja schon leer. Ich glaube, nach dem letzten Mal habe ich, glaube ich, 2-3 Tage Pause gehabt und dann wäre die Kapsel jetzt ja schon leer. Ist sie aber nicht. Ich denke mal, das ist vielleicht, dass sie, dass der, dieser Verfaulungs, dieser Verfaulprozess, vielleicht ein bisschen verlangsamt ist und vielleicht sogar pausiert, weil man nicht online ist und nicht spielt. Das wäre ja nur fair. Ich meine, wie viel ist das? Gut, es gibt solche, es gibt solche Arschloch-Spiele. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass es hier so ist. Ein Squash, ne? Ein Squash war doch, ein so ein komischer Hokkaido-Kürbis oder wie die Bieste heißen. Es kann schon sein, ne? Ich glaube, ich hatte auch mal irgendwie 5 oder so. Oh. Ich hatte auch irgendwie mal 5 Stück und davon ist jetzt nur noch einer da offensichtlich. Ah, gucken. So. Where is my Zeug? Da ist mein Zeug. Ich hoffe, dass da noch was dran ist. Stuff liegt da auf jeden Fall rum, das ist gut. Und Bär ist auch weg, das ist auch gut. Alles nehmen. Ja, wir nehmen sonst den Rest gleich. Bring erst mal den anderen Kram. Aber ich wollte schon sagen, kommt da jetzt der Bär gerade angewackelt? Oh, nein. So. Beeren. So, einmal Beeren. Einmal Beeren. Ein bisschen sortieren. Das brauche ich nicht. Da ist nie Speisekürbis. Sehr gut, Speisekürbis. Das ist nie Bieste. Speisekürbis. Speisekürbis. Schade ist man nicht, kann man nicht alles übertragen. STRG-Link. Transfer all types. STRG-Rechts und links. Transfer all types. STRG-Rechts und links. Wie soll ich das denn machen? Jetzt muss ich mir wieder was machen. STRG-Links. Achso, stackt ihr das automatisch oder nicht? Das kann man weg. So. Stackt ihr das automatisch? Ah, stackt es automatisch. Okay, alles klar. Transfer all types. Das ist jetzt zumindest das, was ich nochmal machen. Aber das ist STRG-Rechts, STRG-Links. Wie soll ich das denn machen? Soll ich mir die Finger brechen oder was? Hm. Da steht Transfer all types. Na gut, jetzt geht es sowieso nicht. Merkwürdig. So, 308 Beeren. 38 Beeren haben wir jetzt geschafft. So, 308 Beeren. Haben wir ein bisschen Holz dabei. Überhaupt ein bisschen was verbrennen. So. Oh, bestimmt was für Kokelnstöcker. Achso, ist noch aktiv. Dann wollen wir das Fleisch gleich verbrennen. So, dann haben wir nämlich das. Kohle weiß ich nicht. Wo ich Kohle hinpacken soll. Ja, wohl. So, wo war jetzt noch mein Zeug? Ich glaube, da war nämlich noch ein bisschen was über. Knochenmesser machen wir auch gleich nochmal fertig. Ich glaube, ich habe nicht alles mitgenommen. Irgendwo licht, müsste ich meine alte Leiche. Rück jetzt zum Interagieren. Alles nehmen. So, jetzt ist es weg. Okay, alles klar. Wollte ich mir schon sagen. Wir haben doch alles, noch nicht alles aufgenommen. Ah, da kommt der nächste Mal. Da kommen wir ja Wolfelein. Warte, ich hätte schon irgendwie so wieder so ein Knochen vom Pären gehört. Ach Gott. So, alles nehmen. Machen wir mal natürlich mit. So, das ist natürlich spoilt. Ist klar. Äh, STRG. Das nehmen wir mit. Das packen wir rein. Auf jeden Fall. Bären haben wir auf jeden Fall genug. Das war es dann auch schon, ne? So viel mehr haben wir tatsächlich nicht gesammelt. Das war einiges kaputt gegangen anscheinend, weil das Oxid, das ist nämlich auch komplett weg. Also gleich nochmal Oxid sammeln. Machen wir nochmal ganz fix. Das schmeiß ich mal weg. Das schmeiß ich weg. Herstellen. Holz fehlt uns. Huch. Mach fertig. Einmal das und dann brauchen wir einmal ein Messer. Stellen. So, und hier sind auch nochmal ein paar leckere Melonen. Aber ich sag ja, ne? Karotten. Karotten wird das große Problem sein. Wasserquelle. Ach so, ja gut. Wasserquelle ist logisch. Wasserquelle ist logisch, aber Karotten wird so das Problem sein, weil ich die irgendwie nicht so richtig gut auf Distanz sehen kann. Guck mal hier. Da sind sie. Einsammeln, Karotten. So sieht man sie, wenn man mal so direkt nah dran ist, dann geht's. Aber das ist mal eine Karotte. Also jetzt konkret zu suchen und zu finden, das ist so, puh. Ich weiß nicht, ob es dafür vielleicht, was wir mal gucken können, ich werde das gleich mal gucken, wir haben ja ein paar Skillpunkte, vielleicht kann man ja unter den Talentpunkten irgendwie einstellen, dass man das Zeug leichter finden kann. Das können wir gleich mal gucken. So. Packen wir den Kram mal rein. Das rein. Das rein. So, 308 Bären. Das ist knapp, aber ja. Ah, okay, das Feuer geht tatsächlich nicht anders. Scheiße. Ich dachte, das hilft hier so ein bisschen, aber nein. Naja, nee, es geht aus, tatsächlich. Also hilft das nicht, tatsächlich nicht vor Regen. Dann müssen wir uns also noch was anderes, was anderes suchen. Oder wir müssen das einfach verlängern hier. Da müssen wir mal schauen. Alles klar. Alles klar. Äh, was wollte ich noch mal ganz kurz schauen, bevor wir jetzt... Ne, Moment. So, einmal das gebratene Fleisch nehmen wir mal mit und das andere Fleisch da rein. Das packen wir da rein. Das brauchen wir jetzt ja auch nicht am Mann. 52. Da könnten wir uns, glaube ich, ein Bett craften, ne? Das können wir machen. So. Und dann können wir uns wenigstens das Bett craften, können wir wenigstens pennen gehen. Das ist schon mal ganz nice. Und wir haben Respawn-Punkt. Das ist das Wichtigste eigentlich, oder? Ah, hey. Ist klar. Und der Schlupf. Halbbarkeit ist auch gegeben. Alles klar. Sehr schön. Wie viel später haben wir? 17.42. Das wird natürlich dann wieder eine knappe Nummer. Äh. Ja, 308 Bären. Wasser Melonen brauchen wir noch 60. Noch 119 von diesen komischen Kürbissen. Und von den anderen Kürbissen brauchen wir noch 150. Und dann nochmal 240 Karotten. Wir müssen das mal im Auge behalten, ne? Ich sehe das ja nun selber hier. 308 von 300 Bären haben wir da. Mal gucken, ob der nachher, wenn wir jetzt unter 300 fallen sollten, weil jetzt ein paar Sachen verschimmelt sind, ob wir dann, äh, ob das jetzt trotzdem gilt als erfüllt, oder ob er das dann nachher wieder zurücksetzt. Da bin ich mal gespannt. Das müssen wir nachher mal drauf achten, wenn wir wieder spawnen, sozusagen. Nun gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen kleinen Break. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich gehe nochmal ganz kurz rein, hier zum Ende der Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Icarus im nächsten Jahr wieder. Also kommt gut rein, rutscht gut rein, bleibt gesund und wir sehen uns in der nächsten Folge Icarus am Samstag wieder. Macht ihr gut. Bis dann. Tschüss.